Kommen wir zum nächsten Level. Was macht die mit ihren Fühlern? Die tastet alles ab, guck mal. Die möchte dann direkt da drauf. Wow, okay, jetzt spürt man schon viel mehr, dass die Spinne hier auf der Hand habe. Das ist das piekst ein bisschen in der Haut, ne? Darf ich ihn zurück in sein Aquarium, in sein Terrarium geben? Ja, klar. So, und dann... Genau, dahin zeigen, wo die Spinne hinläuft. Und dann da, genau so. Ah! Ah!